Des Schäfers ein Haus, und das steht auf Zweirad, steht hoch auf der Heiden so frühe wie spart. Und wenn nur ein mancher Sohn Nachtquartier hätt, ein Schäfer tauscht nicht mit dem König sein Bett. Und käme ihm zur Nacht noch was Seltsames vor, er bietet sein Sprüche und legt sich aufs Ohr. Ein Geistlein, ein Hexlein, so luft die Gewicht, sie klopfen ihm wohl, doch er antwortet nicht. Einmal doch da ward es ihm wirklich zu bunt, es knoppert am Laden, es winselt der Hund. Nun zieht mein Schäfer den Riegel bei Schau. Da stehen zwei Störche, der Mann und die Frau. Das Pärchen, es macht ein schön Kompliment, es möchte gern reden, ach, wenn es nur könnte. Was will mir, dass sie von mir sowas erhört, doch ist mir wohl fröhliche Botschaft beschert. Ihr seid wohl dahinten zu Hause am Rhein, ihr habt wohl mein Mädel gebissen ins Bein. Nun weidet das Kind und die Mutter noch mehr, sie wünscht den Herz aller Liebsten sich her. Und wünscht jetzt daneben die Taufe bestellt. Ein Lämmlein, ein Würstlein, ein Beutel, ein Geld. So sagt nur, ich käme in zwei Tag oder drei und grüßt mir mein Bibel und grüht in dem Brei. Doch halt, warum stellt ihr zu zweien euch ein? Es werden doch, hoffe ich, nicht Zwillinge sein. Da klappern die Störche im lustigsten Durk, sie nicken und knixen und fliegen davor. Untertitelung des ZDF, 2020